So, jetzt spielen wir in the ship. Ich muss Ivan töten. Aber wo hängt Ivan ab? Ach, ich weiß ja jetzt auch gar nicht mehr, wie du aussiehst, glaube ich. Oder doch? Wie heißt denn hier? User, join your channel. Loll. Um Befugnis zu betreten, krieg ich Minusgeld, oder? Es fickt euch. Ja, da läuft ne Zeit ab. Ich bin ein Schlimmfänger hier. Ja. Ach, ist wohl festgenommen, weil es rumstand. Hast du zufällig schwarze Haut? Dann kann man das erklären. Haha, nein. Hä, wo ist denn... Schulan, du bist in einer Küche, ne? Wieso? Steht hier bei mir. Und hier läuft einer rückwärts. Sehr verdächtig. Kannst du mal den Map nochmal aufrufen, ja? Hm, im Inventar. Und dann rechts an der Seite die Tabs. Alles klar. Hast du die Bots wie ein Young? Wie die Bots? Das ging so aus. Ja. Der sich behindert. Ey, ich... Find dich nicht. Oh mein Gott, da bist du, glaub ich. Oh mein Gott, da bist du glaub ich. du kannst abdrücken denn dann siehst du wie ich heiße wenn du mich identifiziert hast alles klar und damit kann man doch arbeiten die Pots alle rückwärts oder was ich wollte dich nur erschrecken hier bin ich wieder wie lange dauert die Runde dann noch ich glaube bis ich ich glaube da ist er die Pots müssen sich auch gegenseitig ich glaube noch 10 Minuten oder so verbleibende Zeit in diesem Spiel 10 Minuten 10 1 halb ich werde jetzt schon dabei wenn er schon bringen würde nein das ist wie in Ruhe festgenommen so wo ist denn der Knast äh Deck D glaube ich hä wie auf nächste Runde war ich dein Ziel da haust du mich nur auf Spaß das haust du eigentlich nur auf Spaß wo ist denn der Knast ich bin der D hier dann wo ist der Knast ey jetzt musst du dich erstatten okay ist jetzt neue Runde ja ne ja ja irgendein anderer hat wohl den umgebracht du siehst du auf dem Rechst an dem Krass ja ja super wie die Sachen die ich schon am anderen Tag habe hat nichts vergeben am meisten klingt wie der Regenschirm wo seid ihr denn hier da ist einer bist du das schon wieder tatsächlich ja ja ich muss dich nicht töten na na du bist ja ich hab dich ja schon getötet ich suche aber die Küche weil die Töpfer am meisten Geld geben immer sind das schon die 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 Tricks des Spiels hier ach ja hier ähm das habe ich auch gerade rausgefunden wenn du m drückst dann bekommst du eine Liste mit dem Wert der Items ja das ist schulern ne das ist schulern ja ne doch ne doch Ivan das war Ivan doch tatsachen wie war eine freu ich das ja ich war du darfst keinen unterhalb einer Kamera töten oder erschlagen war keine Kamera oder doch doch das steht direkt von der Kamera was hab ich denn hier für ne ach so du bist richtig greedy ey nein das läuft ja hinter mir her das find ich echt cool nein musst du mich töten oder was nein der Dach rakt mhm ach hi Schülern was geht wollen wir duschen gehen komm hehehe im Knast gibt's auch ähm Waffen manchmal hier ist sogar Seife im Bad ja ich Handseife manchmal finden genial ich hab grad ein Bier auf mir gefunden so bist du immer noch im Knast? mhm wieso? hast du sowas krasses angestellt ich bin schon raus ich wollte mich mit ihm was ich wurde festgenommen weil ich ne Tüte Chips gegessen hab oh mein Gott I got this ich mach Tür auf und wird erschossen hau ab mein Gott festgenommen du musst die du musst die du musst die komm ich noch im Knast auflauern voll wie ranzig der Knast hier aber auch aussieht voll wie ranzig der Knast hier aber auch aussieht schon mal irgendwie dass du Sprotztötten musst als wir das letzte Mal gespielt haben ja das meine ich nämlich auch aber bis jetzt musste ich Schulan und dich nur töten kann auch kein Zufall sein die sieht ja immer gleich aus wie wenig ist das denn? oh da war Kevin ja die Frau und da bist du ja wie ein Mist geworden Alter was kann ich machen? wie du aussiehst alter wie ein Deutscher oh da stinkt einer ja Töten Runde vorbei ich wette ich muss euch töten ja ich häng fest in der Tür nein was was what what one hit ich konnte dich nicht mit meinem Schirm töten dafür komm ich nicht aus der Tür raus ja oh mann wie ist das denn? ich hab's nur vor mir kommst du echt nicht aus der Tür raus? ne und und Kevin kann mich jetzt abschlachten hier ich weiß nicht mal mehr wo du bist ich häng in der Tür fest ich häng in der Tür fest wie konnte man nochmal stoßen? irgendwie mit E oder so? Q? Z? was was wo wurde ich denn schon wieder online? die Kamera war da hinten weg du standst hier aber um die Ecke ne? ja ja ich hab dich noch gehört ich kann hier nur auf meinen Mörder warten der im Knast auch noch ist ja 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 kannst du den Tür nicht wieder zumachen? ne ich kann den nicht anklicken was ist das krass was bitte egal ich warte hier auf dich mit einer Kneifzange das ist klar so wirst du mich aus der Ferne hören bitte nicht Nein! 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 Was ne, lol, weil da ne dumme Bierstand in den Raum reinlaufen wollte. Jetzt wird's ja krass hier. Tja. Jetzt sitz ich wieder im Knast, so. Ja, du bist schon wieder raus, oder nicht? Na, ich bin gerade wieder rein, um, weil ich dachte, ich wurde festgenommen, weil ich dich mit dem Skalpell, skalpellieren wollte. Tja. Wo ist Mike, der Penner? Ja, aber ich kann jetzt erstmal duschen hier. Das ist ja grausam, die ganze Zeit, wie sie fliegen. Ich steck fest! Mike, gewisse Arbeit, oder nicht? Was? Amster. Guck mal die Wand hinter mir an. Ah, nein! Nein! Wunderbar. Was hast du denn für Waffen? Ach, mein Regenschirm hast du? Ja. Mehr konnte ich nicht machen. Oh mein Gott! Ich, ich wach auf und Schuh dann erdolcht mich. Ah, brauchst du das? Ja. Erstmal Server dann wechseln. Wenn wir uns hier nur gegenseitig killen müssen, dann ist ja langweilig. Moment, ich guck mal. Boah, das kam uns das letzte Mal nur so vor, weil wir halt einfach mit fünf Leuten gespielt haben. Nee, ich hab... Ich hab Bots getötet. Moment, ich guck mal. Ja. Wir haben doch gewiss noch irgendwas an der Hesse gegen einen Serverbau. Ja. Von einem bin ich ja gebannt. Ah. Hä? Ähm, was hier? Also geht nicht so laut. Ich hab rausgeflogen. Ihr habt so viele getötet. Ihr habt so viele getötet oder was? Fickt euch. Kann ich? Einfach Verbindungen und Server getrennt. Bad Challenge. Nein. Könnt ihr mich? Mehr joinen? Sonst geb ich euch die IP. Warte schon, wenn man mal ein Spiel lag gerade übelst. Ich schicke euch einfach die IP. Was ist? Ja, mal anderen. Eine Rohrzange. So nennt man das Ding. Okay. Schülern? Bist du... Ja, ich hab dir die IP geschickt ins Team. Ich hab euch beiden die gegeben. Beim anderen komm ich nicht rein. Na, da wird mir gesagt, bleibt Challenge. Ja. Bahn. Echtes Spiel drin oder wieder Bots? 5 Bots und ihr dann. Also sind wir dann zu 8. Sonst hab ich grad keinen Server. Disconnect Steam, User ID, Steam, bla, was bandit. Bin jetzt für immer gebannt, oder was? Wenn du Leitung bringen, oder was? Ja. Ja, wenn du Babser steckt, dann... und dann sind wir dann einen gewissen Lieblingsstand hast. Dann bist du irgendwann gebannt. Warte, ey. Du bist ja auch bei Contours Work für Fenty... Friendly Fire... nach ner Zeit gewandt. Ja. So ist das dann vergleichbar. Habe ich jetzt nen Key bekommen jetzt? Noch eins, oder wie? Weiß ich nicht. Einmal, dass du es so bekommen haben, wieder zum Verschenken. Wo, wo finde ich das? Denke und besuche, bla, 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 bla. Ja, ich muss Trotz auch töten, hier. Ja, ja gut, ich war noch nicht auf, ist doch nicht. Nee, ich hab hier nur Dota-Keys. Ja, dann... Wie gesagt, weil jeder von uns, der das irgendwie geschenkt bekommen hat, konnte dann wieder weiter verschenken, quasi. Ja. Boah, ein Kochtop, 4500. Schülern, komm. Join. Ich hab schon den ersten getötet. Sag mir nochmal aus, äh, Jux gleich, wie du, ähm, heißt, damit ich sehe, ob ich dich töten muss oder nicht. Ob das jetzt hier wieder genau so ist. Ich hab schon einen China-Hut. Als Tipp. Ja, aber schon was noch, was die nächste Runde nicht dran haben, muss ich noch mal warten. Scheibe, dass man keinen mit einem Feuerlöscher töten kann. Man kann auch niemanden töten, indem man die Waffe wirft, ne? Ja. So... Schülern? Ja? Ja, join doch. Ich bin auch drinnen. Ich bin auch drinnen. Moment. Ich versuch mal so das Spiel beitreten. Ja, oder das, ja. Genau. In Steam, bei mir das Spiel beitragen. Thec D. Da muss ich nach Unten. der grafikfehler holz also lila hier hat sich einen grafikfehler an das ist nun bot kann sich auch verstecken eins von beiden eine gute war grafikfehler als lila oder was ich euch oder will mich töten 30 sekunden das deck ist viel zu groß ja ich finde den nicht runde vorbei für mich die bots haben uns geschlagen oder was ja alles liegt aber mir ehrlich behindert nein die die die